Mal schauen, ob sie Züge fahren tun. Hier steht es, da. Ja, ich guck... Oh, scheiße, Bus. Bus. Ach, 1, 2, Bus. Das heißt, du musst jetzt den ganzen Tag mit dem Bus fahren. Wo ist der von jetzt? Ich gucke nur an den Filmen. So, was passiert hier, wenn ich nur nach Kasseln will? Oder... Wie soll ich das vorstellen? Das geht. Aber nicht nach Frankfurt. Alles ausgefallen, glaube ich. Die fahren das nur Ersatz. Was geht hier? Ich will nicht gucken. Danke. So, Zivi machen wir mal die Reise an. Ach man. Du musst hier halt so eintippen. Mehr du Mühe bekommst, ey. Meine Ehren. Guck ich mal, oder? Ja, ja. Ankunft da, ja, ja. Stimmt, ja, stimmt. Alle zufügen. So. Hier, guck mal, Bus. Halbi. Musst du umdrein mit dem Bus fahren. Hier. Was soll man da denn drauf drücken können? Ja. Interessant. Viel Spaß bei Laufen da. Viel Spaß bei Bus fahren. Ach man. Mies. Mies. Schick. Ja. Bis jetzt. Tschüss. 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 Tschüss.